Hilfe! Da will ich mich quälen! Hallo! Miau! Hahaha! So! Ja... Ich fand's ja auch so schön, dass du damals in einer Folge gesagt hast, ja, ist irgendwie mein Markenzeichen geworden beim Yamato. Das fand ich irgendwie voll schön. Das hat den lieben Yamato total gefreut. Wow! Die Obedienungssetat hat Unterricht für ganze 0 Sims. Wow! Ich glaube, ich brauche gleich eine zweite. Jetzt fand ich auch trotzdem noch diese scheiß Sonnetage, ne? Und dafür baue ich ja echt ne Uni. Ich frage es nur wo. Ja, okay, ich reiß das Wohngebiet. Guck mal, ich hab sowieso 35.000 Einwohner, nachdem ich den scheiß Megaturm, das heißt den scheiß Megaturm, den Megaturm hab. Ja. Da können mich die Wohngebiete hier mal... Das Wohngebiet kann ihn am Arsch lecken. Ja! Am Arsch! Qu Hoff durrige autumn. Na ja, die Ehepraudke bekommen sie nicht mehr Mama! Komm? Du meinen ребrohr geh twe cooper kann er. Ähm. Das kann das returnedrätig ist Licht, ich habe noch nicht genug-frei. Ach komm, legt mich am Arsch! Ach, komm! Ich hab ne Universität! Wir halten fest, die Aussage des Tages. Leck mich am Arsch. Ja, das ist voll sinnvoll, die Aussage. So, dafür brauche ich... Boah, naturwissenschaftliche Uni in der Region. Das heißt, ich brauche eine naturwissenschaftliche Abteilung in der Region. Dafür brauche ich aber erstmal... Äh... Äh... Wohnheime. Und wo... Äh... Ja. Äh... Äh... Es ist, es ist, es ist... Äh... Boah, ich poliziere alles, ey. Wir haben nicht mehr einen passenden Rang. Ja. Niveaulose Unterhaltung vom Feinsten. Jetzt auf RTL. I. Äh, I, Spinne. Nee, I, RTL. Das ist nur dasselbe. Hä? Moment mal kurz, wenn ich erzähle ein bisschen. Oh, Gott, der Mekker, du bist hoch. Komm, 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 ne. Wir brauchen Wasser, ey. Ich muss komm, meckern. Wieso braucht ihr denn schon wieder Wasser, ey? Was habt ihr? Ähm... Eigentlich für ein scheiß Problem. Ähm... Ja. Ja. Das freut mich auch, Mann, um was die Sims hier für Probleme haben. Ja, echt? Nicht nur kurz. Oh, noch einen Wasserturm. Äh... Ja, eine Brücke. So. Eine Brücke, die völlig zündlos erscheint. Wie ist denn der Zufriedenhaut? Zufriedenhaut. Die ist auf... Zufriedenhaut. Zufriedenhaut. Auf 84 Sympathierate. Das freut mich so sehr, wie ein Schnitzel. Oh, komm, ich kann mein Rathaus upgrade. Schnitzel. Ham, 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 ham. Oh, die Mostria. Niedrige Grundstückspreise. Ist mir doch egal. Ach, Mann, ey. Immer die Probleme mit den Sims. So, Universität. Oh, 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 oh. Alter, wie viele Leute? Braucht tausend Schüler fürs Nächstes upgrade, und dann können wir nämlich erst die Uni bauen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht mache. das schaffen wir heute noch weil es nicht mal zwei uhr bei einem abend so gibt es vielleicht doch nicht das denn ach so ist ein autos ganz komisch für autos das ist es ja jetzt baut bürgermeister villa schön fragst du wohin nur kein platz für eine villa tut mir sehr leid ist es im city also der megaton ist auch schon krass die der sie lassen wir weg von zum größeren setzen will nicht klassische mit die frage die eine nachricht die ich dir mitgeteilt habe im zuge auf eine gewisse sache meinst du sollst auch unseren zuschauern sagen auf whatsapp nein ich denke du weißt was ich mein da wo ich hingehe über die woche keine ahnung ich schreibe es jetzt immer kurz per whatsapp nein ich habe mich auch was sagen um wenn jetzt gerade nichts passiert moment kurz um das verbrechen regiert also ich weiß ich rede jetzt ich hab's dazu geschickt und von dem rede ich gerade meinst wir sollen sie mitteilen das was da passiert ist oder ich hab ich hab noch nicht ich hab noch nicht die nacht bekommen habe ich noch nicht die nacht bekommen geben die scheiße also das wort hat geschickt an einen racer ging es ja dann braucht es ja immer noch ein bisschen oder meistens ach so ja weil ich mich ja fragen ja kannst du den leuten sagen oder müssen nicht schön es ist eigentlich was cooles ja denn du bist ja schon länger dabei und ich bin jetzt hier der neuer kömmling ja am besten sagst du es ja und zwar ich habe jetzt nicht seit dieser woche die bestätigen bekommen dass ich weiß ich bin zwar sagt aber im netzwerk von media kraft mit dabei bin ja genau das war es im klatschen schon ja und ich weiß mir nicht sicher ob ich sagen soll du nützigen vielleicht hast du meinen leuten auch noch nicht gesagt aber ich fand es wichtig ich weiß nicht also ich bin auch bei media kraft ist beide sind bei media kraft so das war es dort stelle ich ja mal kurz auf weiter schon die ersten einzeln können pumpstation habe ich da und ich würde fast sagen um 1450 kontrol hat einheitlich nicht noch am arsch lehranlage kommen wir brauchen schüler ja hallo ich habe doch schon mal eingekauft idiot alle fisch schüler die gebäude brauchen wasser wasser hallo wasser fließt doch schon er macht gleich scheiß musik immer in simsitzig keine ahnung egal doch alle wasser ja mein wasser schaden und das ist ein bisschen unlogisch wie die sich hier ausbauen ich meine ich habe genügend wohngebiete ausgewiesen nein wir sind sims wir sind unlogisch ich meine der haus petitionshymbol genehmigt sich jetzt mal daher ja wie sie sich alle freuen wie sie sich ja sehr schön ich kann den schatten vergeben wie sie sich alle auf die schasse drängen ja тел ach es zch Valerie수� 16 pork und über das zukunftsmusik alles alles zukunftsmusik euer aus dem Ähm... Was wollt ihr... Schienennetz? Nein! Halt die Fresse! Doch, die wollen Schienennetz! Achte auf deine Leute! So! Da haben sie Pech, jetzt halte ich noch mal kurz die Zeit an, damit das Ding für Sie ausbauen kann. Jetzt haben sie richtig Pech, es müssen alle stehen bleiben. Ja, mach ich! Ich reiß den Scheiß ab! Mach ich! So, und das muss jetzt noch alles aus der Industrie auslisten werden. So, und ab auf die 3! So, und jetzt hoffe ich, dass die E3... Die Geschäftsinvestitionen rendieren sich! Ja, ist doch schön! So, Polizei, ja, ja, hier regiert die Welt, das ist mir völlig egal. Solange mein Geld die Welt regiert, ist alles gut. Boah, ich brauch mehr Sams! Und ich mach, wenn das nichts Produktives ist. Vorrat für 28 Monate, ich muss mal auf ControlNet gehen. Langsame Fortschritt, Alter, 18% erst... Ähm... Scheiße... Fuck... Oh, ich hab mal 2.000 Einwohner, ja, das freut mich doch! Ich hab jetzt 51.000, nur wegen dem scheiß Megaturm. Haha... Nein, aber der Megaturm macht Minus. Verdammt! Megaturm werd ich hier auch rein hinsetzen. Brandstifter aus Germatohausen bedroht hiesige Häuser. Ah, guck mal, was ist hier wieder? Was ist hier los? Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Okay, ich hab... Boah, die sind... Unsere Tanks sind randvoll. Äh... Äh... Nein, ich hab das falsch gesetzt. Och, Mann. Ja, dann mach ich jetzt eben hier einfach mal ein paar... So... 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 Ja, bei 5.000 Einwohner, die hab ich ja eh gleich. Hauptsache, die Stadt wirft jetzt erstmal Gewinn ab. So, jetzt soll ich erstmal keine Probleme beim Abwasser geben. Nur mit Strom. Ja, Wohlstand! Ja, komm, halt doch die Fresse! Oh, fuck, nicht ausreichend, Control net. Äh... Wie nenne ich jetzt die Stadt... Ähm... Wie gebe ich jetzt die Stadt nennen soll? Äh... Weil... Weil... Willst du Omega machen? Omega? Ne, soll rein nur zur Strom- und Wasserzeugung dienen. Strom... Wasser... Oder Stromi? Ähm... Aber ich brauche Strom. Äh... Äh... Versorgungs... Äh... Stadt. Äh... Sehr einfallsreicher Name, ich weiß. Versorgungshausen. Hehehe... 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 Wie viel Control net sind verfügbar? Zu wenig! Geil! Geil! Ähm... Ähm... Ja... Ähm... Was... 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 Schau mal her! Ähm... Jetzt hab ich ne ganz geile Idee! Ähm... Ne, das Ding baue ich noch nicht. Ähm... Ja... Ja... Nein, danke! Ich will mich... 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 So... Was willst du mit... Busbahnhof? Busbahnhof ist eigentlich keine so blöde Idee! Sauber! So! Jetzt ist es hier noch weg! Jetzt läuft das doch wieder sehr schön, oder? Wir haben jetzt... Ja, aber auch Plus Null! Egal! Na, deine Megatour muss man Plus machen! Ah, es macht auch Plus! Ne, weiter, macht gar nicht! Äh... Scheiße! Äh... Na, ich soll die Arkologie bauen! Sollten wir das echt mal untereinander machen! Äh... Was willst du? Ja, was kannst du eigentlich so alles erforschen jetzt? Äh... Dasselbe! Ja, mach ich damit, dass ihr happy seid! Dann baue ich erleben dann den ganzen Scheiß! Was ist sonst? Ähm... Die Erste Hilfe-Zentrum des Rotkreuzes! Wollen sie unbedingt haben und... Und hier das Büro! Was ist das Büro? Ah... Ah... Mann, Mann, Mann! Jetzt sind sie happy! Jetzt sind sie happy! Jetzt bin ich bei der Skipper! Jetzt sind sie happy! Jetzt bin ich bei der Skipper! Ja, ich... Ja, was... Verdauungen haben! Okay, ich halte dich noch in Grenzen, was hier gerade abgeht! Alter, sie müssen noch zu genug Leute haben, die da reingehen, ey! Kann doch nicht sein! Ich glaube, ich muss jetzt hier eine Kontrollnet-Anlage setzen! Oh, Mann! Ich liebe den Megaturm! Äh... Alter, wieso gehen so wenig Leute hier in die Universität? Ist doch scheiße! ein Asozial! Ich könnte jetzt hier auch ein Megaturm bauen, wenn ich will! Aber das will ich noch nicht! Okay... Nö, warum sollte ich? Jetzt! 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 Neunund... Neunundsechzig! Achtundsechzig! Ah... Kommt gleich tausend! Bitte! Und äh... Hä? Ähm... Wo setzt sich das jetzt am besten mal hin? Würdest du sagen, daher! Nein! Scheiße! Oh, mir haben 28 Leute nur noch gefehlt! Ja, das ist nicht das Upgrade der Universität! Was willst du denn du bitte? Alter, das wird dir aber... Ich bin ein Tausend Einwohner, das soll doch kein Problem sein! Jetzt wird dir aber kein Wickel, ey! Das glaubst du nicht, ey! Okay... 360 Kontrollen hätten, ja! Super! Kann ich Kontrollen... Toll! Hast du einen Elite-Megaturm gebaut, oder? Ja, Elite! Ja, wenn dann gleich richtig! Ha, ha, ha! 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 Ha! Ich will nicht sagen, aber das, was in meiner Strecke rausragt, ist der Miegoturm! Ja, das fällt ja überhaupt nicht auf! Ha, ha! Ha, ha! Das... Was willst du? Wenn du nur 80.000, wenn ich einen Miegoturm baue, ja, schön für dich! Ja, wir brauchen eine Feuerwehr, schön für dich! Ja, wir brauchen eine Feuerwehr, schön für dich! So, dann brauche ich hier noch das hin, und das hin, und dann noch so schön, und dann noch eine Fahne, die ich jetzt daher setze, und... Alter! Wollen Sie happy sein! Ne, kleine Informationen haben wir auch noch! Was sagt er denn? Willkommen auf der Feuerwache! Wir haben... ... die Personalen können wir voll direkt in die Löschen! Äh... Okay, freut mich! Nein! Jetzt habe ich den Scheiß weggerissen! Ähm... Ich muss mal den Straßen ausbauen! Okay! So! Jetzt sind alle drüber der Schatten wieder beseitigt! Und komm! Leute! Geht einfach in die Universität! Oh, das Spiel leere, besprechen sie schon! Und wir müssen wieder Schluss machen, ne? Was? Mit Schluss machen mit mir? Was? Hat er ihn halt mit mit dem Schluss machen? Ja! Wir müssen Schluss machen mit der Folge! Das wird jetzt zu lang! Ich schau grad, wo ich... Wo ich wieviel Durchfluss auf welchen Straßen abgabe, du musst ja ein bisschen upgraden! Ja, wüsste ich... Ja, und ich warte noch den heutigen Tag ab und guck mal, ob ich das upgrade bekomme! Überfüllte Klassen klingt doch eigentlich ganz gut! Oh, warte mal! Ja, ich habe überfüllte Klassen ohne Limite erreicht! So! Lauft alle durch das Schild, ist doch völlig egal! Was ist hier? Fion! Nein, ich schau mir nicht den Editor an! Können wir vergessen, ja! So, und jetzt können sie hier mal ein bisschen die Häuser ausbauen! Du musst jetzt mal die ganzen Querstraßen upgraden! Ja! Es ist immer ein bisschen scheiß mit dieser ganzen Friemelreihe, dass du jede einzelnen Straßenabschluss anklicken musst! Ist ein bisschen blöd gemacht, aber gut! Kann man es nicht ändern, ne? Ja! Upgrade ist hier gut! Ja! Upgrade! Komm! Ich stehe doch drauf! Ich stehe echt drauf, wenn ich jede Straße upgraden muss! Ja! Das ist richtig geil! Und ja, wir beenden ja gleich die Folge! Mach eben noch schnell die ganzen Straßen-Upgrades! Ja, und ich gucke noch eben, ob ich die 1000 Sims dieses Mal erreiche! Oh, ich bekomme keinen Strom mehr von dir! Naja, egal! Ich glaube, ich habe sowieso genug! Boah, hier zumindest mein Punktgebiet alles upgraden, was die Straßen betrifft! Komm, bitte! Ich brauche noch ein paar Trümmer! Ach Leute! Scheiße! Erstmal der Trümmer! Brand! Das nächste Trümmer-Teil! Kannst du noch irgendwo verlassen die Gebäude? Ja, hier sonst noch irgendwo... Hier hier... Sonst noch irgendwo... Das wars! Ich hab ein bisschen die Stadt doch gewandt! Ja, wir brauchen jetzt Anitätsversorgung! Ist schön und gut! Mach ey! Was willst du? Ach, das kann man nicht sein, dass jetzt wenige Unterrichte wurden wie gestern. Obwohl ich mehr Einwohner habe, wo ist denn die Logik? Okay, dann muss ich mich damit in diesem Abfinden, ist mir egal. Ja, der Megaton macht leichtes Plus. Ach so, ein Füttchen hat er zu finden. Ja, wir übertreiben es wieder mal. Ja. Nun gut. Ich kann meine Ansicht für's bis beenden. Ja, ich will einfach sagen... Nun gut, wir bedanken uns, bis zu sehen. Ja, und sehen uns an einer Wachländerbeiternfolge von SimCity. Tschüss. Tschüss.